So Leute, was geht? Herzlich Willkommen zurück bei Let's Play Ghost. Wir machen mal ein neues Let's Play und spielen das mal online, Multiplay, aber ich spiel nicht alleine, ich spiel mit Yannick, was geht? Moin, alles klar. Ich habe nämlich einen Freund eingeladen, denn alleine wollte ich Multiplay nicht spielen, denn ich bin ja so ein Noob, da brauche ich einfach einen, der auf meinem Level ist. Und wenn man sich die anderen anguckt, alle Level 60, 55, Prestige 1 und so, da können wir nicht mitreden. Nicht ganz, also da sind schon ein bisschen Mieser drauf. Egal, pass, wir kriegen das schon irgendwie hin. Wir warten nur gerade hier, wir spielen Team Deathmatch auf Normal, also auf Schwierigkeit Standard. Wie ihr gleich sehen werdet, an unseren Level, wir sind da wirklich noch ganz am Anfang. Also, wir haben kaum gespielt bis jetzt. Und ihr werdet gleich auch sehen, wie sich das an unseren Spielwert ausschlägt. Das hat auch Verbesserungsbedarf. Also, da ist glaube ich nur Verbesserungsbedarf. Aber wir versuchen es. So, ich spiele oben, Janic spielt unten. Ja. Wollen wir mal sehen. Dann geht es mal auf. Okay, das sieht schon. Eben gerade war man in der Lobby drin, da lief es noch eigentlich, ne? So einigermaßen. Ich meine für unsere Verhältnisse jetzt. Ja, also für meine Verhältnisse war das auf jeden Fall. Ich hatte sogar Plus, also ich hatte mehr Kills, als ich gestorben bin und das hatte ich noch nie. Guck mal, ich warte mal hier. Und der Hund stand einfach da und... Es geht also gleich gut los, ja? Ja. Okay. Also bei mir steht schon mal... Verdammt. Mann! Verdammte Scheiße. Es geht echt gleich hardcore-mäßig ab hier. Ihr seht, ey, wir können das wirklich nicht. Also Shooter, Kampagne, okay. Geht auch auf unbedingt nicht auch auf leichtesten Schwierigkeitsgrad. Aber Multiplayer ist für uns ein absolutes gutes Tool. Ja. Aber das gehört dazu, oder? Alles Gute. Ghost Battlefield, das sind doch die Shooter, oder? Ey, Mensch, ja. Die muss man auch online gespielt haben, aber nicht. Man muss es. Diese Map ist aber auch mein Hass-Map, ne? Wir haben einmal abends mit einem Freund gespielt, ihr werdet ihr auch noch kennenlernen. Bei einem anderen Let's Play, den Emrah. Und da habe ich die MP auch gehabt. Ich glaube, ich habe noch gar nichts hier. Ich habe, glaube ich, schon so ungefähr 89 Tode. Boah, ich habe so einen geknallt. So, ich habe plus eins. Weil hier läuft heute noch. Ich höre dann auch mal auf, ja, nicht bis später. Ja, oh. Das kann ich nicht wahr sein. Ich habe ganz Maserziner auf ihn geknallt. Er ist auch nicht Superman. Vielleicht ja doch, woher wird das wissen. Du erkennst... Er ist Superman, die Schreie mit dem Oma. Es erkennt sonst auch keiner Superman außerhalb seiner seinen komischsten Schlafanzugtagen. Wenn der Normal rumläuft mit der selben Frisur, mit Brille auf, erkennt die niemand. Ist das so? Ist das so? Stimmt. Ich meine, Batman, okay, der ist nicht so vernünftig verkleidet, aber Superman. Der hat immer seine Schmalzrisur. Der hat eigentlich nur eine Brille auf und normale Klamotten. Ja, meine, macht einen auch ganz Angestellten, ne? Lebt der, oder? Okay, der ist tot. Ich meine, wenn du dir nicht sicher bist, immer noch mit Trübe drauf. Oh Gott, ich komme mir noch gar nicht klar. Ja, der legt sich einfach hin und... Ich sehe aber auch niemand... Oh, 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 da wurde er noch nicht geschossen. Den haben wir erwischt, Fernkämpfer, ha! So, ja. Ja, zur Ausstattung. Wir haben ja noch nichts besonders Gutes, ne? Also, ich bin mit Honey Badger, Standardgewehr. Janik, du hast, glaube ich, normales Maschinengewehr oder sowas, ne? Sturmgewehr. Sturmgewehr, okay. Und da bin ich tot das erste Mal. Oh, der hat mich auch gekillt. Das... Ich werde beklopft, ey. Ich werde beklopft. Bin ich einfach lang gelaufen, tot war ich. Meinst du, man kann in den Rotor von dem Hubschrauber bringen? Sprengen? Nee, kann man nicht. So, ein bisschen so... Einfach mal drauf, wackeln. Enthaupten vom Hubschrauber lassen? Ich weiß, wie bei GTA... Zum Beispiel, da kannst du den Hubschrauber so schräg fliegen. Und dann kannst du Gegner rotoren. Also, mit dem Propeller da quasi kannst du die so killen. Jetzt habe ich den Spinner erwischt. So, jetzt wo... Jetzt weißt du, wo er ist, oder? Jetzt weiß ich, wo die Garte sitzt. Okay, dein Huhn lebt ja so. Den wo ich bin. Auch weil ich kann Schatzschutz. Okay, da blinkt die Granate schon. Und ich laufe natürlich trotzdem rein. Mann! Ich sehe, die Map ist riesig. Und wir sind, glaube ich, nicht so viele, ne? Also, ich suche und suche und suche. Aber ich stehe kaum jemanden. Auf der Karte, klar. Alle werden rechts angezeigt, aber... Die sind doch nicht alle auf einem Haufen denn, oder? Also, ich verwirte es einfach nur noch echt. Ja, wow, mein Ersten. Hast du ihn gekillt? Ich werde bekloppt. Und ich habe ein ganzes Magazin drauf geschossen. Okay, das habe ich aber einen gesehen. Den habe ich erwischt. Abschuss des Führenden. 350 Punkte. Okay, gibt das den Bonus? Ja, also, ich kann es nicht sein. Nicht wirklich. Boah, der hat mich gekillt. Ah, das war aber auch... Ja, das war blöd von mir. Ich sehe schon, dass der da ist. Oh, dann läufst du noch rein ins Feuer. Ja, ja, ja. Anstatt mich irgendwie leicht zu verstecken und den Kopf zu lassen. Nein, ich laufe natürlich noch voll in die Schussbahn. Du, davon kann ich Lieder singen. Und das ist nur in diesem einen Spiel schon. Ich will mich aber auch noch nicht in die Ecke setzen und warten, dass hier immer mal einer vorbeiläuft. Nein, nein, das ist der Auto. Das ist der Auto. Ne? Das machen... Das war ja echt nur, wenn ich das Spiel schon 180 Mal durchgespielt habe. Zeitliches Ankommen gesichtet. Okay, das ist schon mal nicht... Ah. Okay, also ich bin jetzt noch in der falschen Richtung. Oh, der war schon tot. Ich habe ihn gesehen, aber der andere hat ihn geschild. Verdammt, Mann! Das... Ja, okay. Ich bin nicht der Einzige, der zu viel Position auf Vollart hier. Dann kommt einer wieder. Entweder ist er weg, oder es war kein Gegend. Oh, von hinten gekehlt. Ach, das ist aber immer, ja, ich werde von hinten gekehlt. Ja, ne, ich habe gleich zwei. Ehrlich? Verdammt, und dann bin ich gleich selber gestorben. Aber ich habe zwei weggeballert, ne. Egal, Hauptsache, Hauptsache, Freund. Ja, ich bin so einfach verdammter, guter Schütze. Oh, da liegen die Granaten wieder. Genau an der gleichen Stelle, wo ich auch vorhin reingelogen bin. Okay, jetzt hätte ich fast einen... Na ja, ich gehe mal her. Ich bin hinter Blackview. Feindlicher Comlink hergestellt. Okay. Nein, ich habe ihn noch gesehen. Verdammt. Oh. Obwohl, der hat doch... Der hat doch irgendwie gerade so eine Infrarotwaffe oder so, ne? Also, so ein Visier ist natürlich hier in so einer Schneefeld natürlich praktisch, wenn man dann rot sieht, wenn ich welche Kicker wo ist. Ja, das ist ein wenig vorteilhaft, ne? Aber ich wollte gerade sagen, ich als Profikiller hier kann das auch natürlich so... Ich habe irgendwie gerade durchblicken, nixen oder so oder das Gefühl, dass die gerade versuchen, sich irgendwie so... Da ist ein Hammer, ey. Ich sehe den nicht. Mann! Ich sehe den Spinner auch noch, ey. Ich muss unbedingt besser ziehen. Versuchen wir mal eine Granate durch das Fenster zu werfen. Okay, er hat aber keinen Kehl gebracht, also da war wohl keiner mehr. Ich will ins Wasser, das ist aber tot. Ich wollte nicht erschossen, ich will ersoffen. So. Gibt es da bei Gamescore Punkte? Oh, ein Wolf hat mich... Nein, das ist doch nicht mal aus. Ein Wolf? Ja, dann ein Hund, aber man kann per Mord, also per Add-on quasi, kann man sich so einen Wolf daraus machen. Achso. Ja, wenn ich was kann, dann ist es nicht ziel. Achtung, feindliche Vorräte! Nein, ich habe den noch getroffen! Das gucke ich mir, das war jetzt aber unfair. Den habe ich doch getroffen, den habe ich doch getroffen. Den habe ich nicht getroffen. Scheiße! Wo sind die alle so heftig? Kein der Meinung, ich habe ihn nicht getroffen, aber ich habe ihn noch nicht getroffen. Was war das denn? Wo kam der denn? Ach, der liegt da! Okay, Niederlage. Was sagen wir dazu? Liegt wahrscheinlich an uns, oder? Das würde ich jetzt nicht so direkt sagen. Achso! Abschluss, Cam? Einer von uns? Nein. Nein, okay, das ist schon mal positiv. Ach, yes! Das hätte noch gefehlt. Ja, vorletzter und letzter. Tone 70. Aber, ey, der ganz oben hatte zum Beispiel auch 13. Und der, zwei Plätze oder ein Platz, zwei Plätze von mir, oder auch 17. Ja, also, geht doch. Ja, und ich bin Anfänger, obwohl, der ist ja auch nur auf zwei. Scheiße. Okay, es geht aber viele raus, so wie es aussieht. Ja, ja, man war Angst. Aber nicht vor uns, ey. Nicht vor uns. Vorher haben die Angst vor Tobi Tobsen, oder so. Oder Ghetto Blaster, auch ein geiler Name. Ghetto Blaster. Okay, ich springe aber alle raus. Unterbrechung 3, 2, 1, 2, 1. Wollen wir mal gucken, ob es noch genug sind? Wir müssen auf drei Spieler warten. Tja. Ich glaube, wir müssen noch zehnmal die Kampagne spielen, bevor wir einigermaßen mitspielen können. Aber jetzt gehen aber alle raus. Dann probieren wir auch mal raus zu gehen. Probieren wir mal, wir haben vorher gespielt, Abschluss bestätigt. Ja. Das war ganz cool, probieren wir das nochmal. Das war ganz, war auf jeden Fall mal was anderes. Mögliche Spiele von allen. Ah, guck mal, wir joinen sogar zu. Oder auch nicht. Wir, nee, wir müssen von beide gespielt. Abschluss bestätigt. Probieren wir es einfach nochmal. Nein. Nein. Ja, oder wir machen nochmal Deathmatch. Probieren wir nochmal Team Deathmatch. Wir müssen die ganzen Leute ja hinsagen. Die können auf einmal Kaffee trinken. Okay, irgendwo sind wir zugejoint. Team Deathmatch, Tremor, Föderation gegen Ghosts. Sehr schön. Naja, mehr Option gibt es ja nicht. Auch schon wieder so ein Riesending, ne? Mhm. Ja, das ist immer scheiße. Am schlimmsten sind Bogen und so, wenn die sich da... Ich weiß nicht, wie die mehr passt. Die wir bei Abschluss bestätigt hatten. Diese mit den zerstörten Gebäuden im Wasser drin. Achso, das, ja. Die war gut. Die war richtig geil. Die hat Spaß. Die war richtig gut. Vor allem die waren hier so riesig, ja. Ja, dann sieht man sich auch mehr, ne? So wie eben, man läuft da hinten irgendwo lange am Hubschrauber, da ist keiner. Dann läuft es da eine halbe Minute rum und hast niemanden gesehen. Ja. Oder die verstecken sich irgendwo in Bombs einer Toten an. Okay, Ausrüstung, ich spiele wieder mit Honey Badger und es geht auch direkt los. Da ist der Burowski. Oh, moi. So, dann wollen wir gleich mal an. Ah, wir spielen auf jeden Fall auf der Seite der Ghost, denn ich habe gerade eine Falle von denen gesehen und habe sie nicht aktiviert. Also, da war doch gerade einer. Aber wieso? Oh, ein Kill. Das erste gleiche Kill. Das beginnt ja einigermaßen, würde ich sagen. Oh, man. Oh, ich habe gerade am Augenwinkel, am Augenwinkel, das aber nur gesehen, du wurdest gerade weggekillt. Ja, scheiße. Da ist einer vor mir hergelaufen, da ist einer vor mir hergelaufen. So. Dich hole ich mir, dich hole ich mir. Wo bist du, wo bist du? Nein, da ist weg. Das, oh, hinter mir irgendwo kommt da ein. Wir haben die Führung verloren. Da habe ich einer gemessert. Nein. Der Step mit der Freude fröhlich hinterher und habe mit Messern rum. Na ja, das sind die richtigen Raten, oder? Die ganze Zeit hinterherrennen und ja, den haue ich jetzt weg. Verdammt. Das war aber auch echt fiese. Ey, da hast du rausgebracht, warum schießt du auf mich? Ich habe mich ganz verstanden, dass er hier immer sitzt. Was soll denn das? Ich dachte mir so, meine Güte, sitzt er da gechillt und dass ich gesehen habe. Ich wurde schon wieder gemessert. Nein, jetzt ist aber auch mal genug. Okay, dann kommt er bestimmt doch. Einer will, glaube ich, einen Rekord aufstellen mit Messern. Ja, aber ich weiß nicht, ob das jetzt immer der selber, aber jetzt nicht drauf geachtet. Auf jeden Fall wollte ich hier zweimal nacheinander gemessert. Oh Mann! Und jetzt bin ich schon wieder tot. Ey. Seidliches Abkommen gesichtet. Volltreffer. Das kann nicht wahr sein. 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 Der sitzt da ganz gemütlich und ich sehe den nicht. So, ich habe feindliches Abkommen zerstört. Das wäre ja wieder eine richtige Erfolgsspur hier heute. Ich glaube auch. 0 Kills, 98 Tone. Also eine gute Bilanz. Ja, auf jeden Fall. Also durch und durch weg positiv. Ja, ich weiß ja immer positiv denken. Ja, mehr kann man auch nicht machen. Irgendwann will ich bestimmt mal in 9000 versuchen mal jemanden umlegen. Ich meine, wir können halt nicht mit denen, die das immer spielen mithalten, ne? Ganz klar. Und jemand, der vielleicht einigermaßen regelmäßig spielt, der ist natürlich besser als wir, ne? Da wollen wir gar nicht drüber hin. Das stimmt, das stimmt. Das gibt's doch gar nicht. Weißt du, malen sie da nur die Buhren, aber ich dachte, da steht jemand da oben, ey. Das ist das Abdeckungsmanöver Trick 17. Ey, zwei Leute und ich krieg's nicht gebacken. Ich wurde schon wieder gemessert. Und er hat mich auf jeden Fall auch schon mal gemessert. Okay, den hast du wieder erkannt. Ja, ja, ja. Den auch habe ich erkannt. Tut irgendwas. Der hat mich schon mal gemessert. Nein, du sagst nicht, das war der schon wieder. Der hat mich schon wieder gemessert. Und zwar ist er gerade diesmal völlig auf mich zugelaufen. Ich mache aber auch den Fehler. Ich versuche immer anzusehen, statt einfach zu schießen. Einfach draufhalten, wenn diese Nasen einfach draufhalten. Also langsam wird's echt peinlich mit dem gemessert werden. Also, ja, für mich wird's peinlich, ey. Wie oft soll ich noch sterben, ey. Meine Fresse. Aber ich habe auch erst zwei Kills. Oder so von da her. Oh, Mann! Ich hab doch gerade getroffen. Schon wieder. Ich weiß nur nicht von wem. Ey, da ist der Burski. Moin. Iron Monkey kommt hier in meine Richtung. Das kann nicht wahr sein. Der sitzt hier. Wo sitzt der? Genau. Vorsicht, da kommt gleich einer. Genau. Der sitzt die ganze Zeit da oben. Der hat mich schon mal von da getötet. Also heißt... Der hat mich jetzt auch gekillt. Der sitzt nicht immer den selben Ort. Also da haben... Der wird da wieder sitzen. Der sitzt ja immer in der Ecke. Der hat mich aber auch im Vorraus schon gesehen. Ja, da... Der eine hat... Und er hat seine Karte markiert. Wahrscheinlich wird der Sack kommen oder so. Drücke vor, ja. Okay. Okay. Ich habe gedacht, ich bleibe mal da oben stehen und versuche mal zu campen, mein Fingig. Vielleicht läuft ja einer in die Schussfeld. Aber ist er natürlich nicht. Ich habe noch nicht ein, das kann nicht wahr sein. Ich meine gut, dass ich nicht gut bin, das ist mir schon klar, aber dass ich so schlecht bin. Das ist ein verkackter Hund, aber zum Glück ist es auf meiner Seite. Mach ich Maulkorb, ob ich noch passiert. Ja, das ist hier nicht Leidenpflicht, ey. Also ist das einer von mir? Oh, ich stand hinter dir. Du hast auf dich geschossen und ich habe auf dich geschossen. Ich habe nur gesehen, oh Gott. Ja, okay, das war das für vorhin, weil du auf mich geschossen hast. Ja, okay. Ich habe mich repugiert einfach. War das ein gutes Wort, oder war das ein böses Wort? Jetzt nicht, ich habe so gut, ich soll verschwinden. So. Ich bin schon wieder tot, ich wohne von hinten gekippt. Ach, das ist doch echt nicht auszuhalten. Die ganze Zeit, tot, 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 tot. Das ist ja alle einfach irgendwie, ich halte das Gefühl zu heftig für mich, ey. Aber, egal, es kann zu besser werden, es kann zu besser werden, es kann zu besser werden, es kann zu besser werden. Ich weiß auch nicht mehr, was ich zu unserer Platz, ich habe ihn gekillt und bin zum Beispiel wieder zurück. Ha, ich habe den Typ, der messern will. Ach, sie hat ihn erwischt? Ja, er hat sich versteckt. Die Ratte, äh, gemessern wollt ihr nicht mehr. Das ist, glaube ich, ich glaube, das muss immer der eine sein, der sitzt die ganze Zeit und wartet, der läuft einfach so rum, mit Messer. Ja, das kann man, ich habe ihn gekillt, ja, dich gekillt hat. Voll. Ich bin nicht zumindest der Meinung, dass ich das gemacht habe. Das kann sein, das war aber zwei da, also. Aber ich habe auch noch Iron Monkey hier bei mir, vielleicht hätte er auch noch eine Wischung. Ich habe schon wieder Rundebellen gehört, oder? Okay, ich habe dich aber gesehen, gerade bei mir im Visier. Da ist Iron Monkey und ich bin von ihm gekillt worden. Ja, ich sehe dich auch. Ich habe dich gesehen, wo du bist. Ja. Okay, der Typ ist auch tot, der dich umgelebt hat. Scheiße. Wieder Niederlage. Es kann natürlich ein Zufall sein, aber in jeder Gruppe, wo wir sind, die verlieren. Ja, aber ich sage das Licht nicht. Okay, Abschluss kennen wir auch nicht mehr. Nein. Trotz meiner schlechten Bilanz. Wir sind wieder letzter und vorletzer. Ich habe nur sieben Tote? Das ist so besser als zuvor schon. Ey, ich bin dran. Verdammt, ich bin da richtig gut. Ja. Langsam haben wir den Pro-Gamer-Skill. Ey, ich bin schon auf der Welt. Spiel-Übersicht. Bald Level 11. Alles klar. Ja. Die Gruppe ist hart, ne? Iron Monkey ist erst neu. Ich hätte ja gedacht, der ist Server, der war richtig gut. Obwohl, es gibt Iron Monkey. Stimmt, du hast recht, du hast recht. Es gibt ihn zweimal. Der spielt dann so wie wir. Nur, dass der andere auch dann als Gast spielt. Ach so. Deswegen ist er eine Eins hinter. Ja, aus der Gruppe gehen wir wieder alle raus. Kann auch Zufall sein. Ich würde sagen, probieren wir nochmal. Vielleicht wird man diesmal Abschluss bestätigt. Ja, auf jeden Fall. Wir können ja auch auf Hardcore spielen. Ja, du. Oh, Abschluss bestätigt. War doch ein Spieler. Vielleicht dieses Mal. Oh, da gehen wir wieder alle raus. Ach, das gibt's doch nö. Ja, aber auf Hardcore, ey. Ich bin jetzt schon gar nur ein Wunder. Das wäre zu hart für mich. War doch ein Spieler. Okay, vielleicht spielen wir jetzt. Abschluss bestätigt. Sehr schön. Ihr könnt ja auch sonst mal in die Kommentare schreiben. Wenn ihr meint, es gibt noch einen besseren Spielmodus. Zum Beispiel habe ich gerade gesehen. Herrschaft oder so. Wir haben es noch nicht gespielt. Schreibt einfach in die Kommentare, was gemacht wird. Welcher Spielmodus noch cool ist. Und dann zocken wir den. Ja, ausprobieren auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, wenn ich wage, der nicht gewinnt, würde ich mal sagen. Und deswegen, weil du gerade das gesagt hast, spielen wir auch nichts ohne Hardcore. Ja, ich mache mich jetzt noch mal warm und dann geht's los. Ja, okay, okay. Dann will ich mal die richtigen Leute hier. Du hast jetzt noch eine Runde Abschluss bestätigt Sturmfront. Und dann kannst du deinen Pro-Gamer auf neuem Level rausholen. Ja, natürlich. Dann hole ich alles raus, ey. Ich meine, du hast doch vorher gesagt, du hast acht Stunden bei Lego Harry Potter geübt. Nee, Lego-Indian-Achum. Ach so, okay. Ja, da muss das Spiel wohl kein Problem sein. Ja, das ist doch nicht. Sehr verständlich. Hier nicht. Ja. Ja. Vielen Dank.